Ist das jetzt schon die Basis? Das ist halt, das ist ja die Basis von Shaka. Wollen wir ihn erstmal ausschalten? So schlecht finde ich die Idee gar nicht. Kommt. Oder? Ja, kommt. Wird nicht lange überlegt, er wird angegriffen. Und komm, wird fertig. Wirbeln! Stasis Falle. Normalerweise bin ich CC-Immone in dem Klingensturm. Hm, das tut jetzt... Ach nee. Oh oh, das war jetzt die Stasis Falle. Na, kommt jetzt mal. So. Ihr kommt mal mit rein. Hm. Läuft. Auch mit Verlusten. Möglicherweise immer kurz halten. Alle mal stehen bleiben, hier Schuhretter weitermachen. Ähm, ich würde ja gerne noch mehr Verstärkung mit runter schütteln. Können wir eigentlich... Ihr kommt mal mit runter. Oh Gott, alles was wir kriegen können. Meister. Mehr Bauernhilfe auf jeden Fall. Muss was getan werden? Was ihr wolle. Auch wenn wir dann hohe Kosten haben, ist mir egal. Ich stehe euch zu Diensten. So. Angerief. Räuber klassisch. Mach mal hier Gebäude kaputt. Na, ich glaube, die haben mit Belagerungsschaden sogar noch mehr Schaden gegen Gebäude gemacht. Weil ihr richten halt normal überall vollen Schaden an. Belagerungsschaden macht ja extra Schaden gegen Gebäude. Die sind jetzt echt schwächer gegen Gebäude geworden, die Räuber. Die haben also quasi ihren ursprünglichen Sinn verloren. Dafür sind sie besser gegen alles andere ein bisschen geworden. Aber trotzdem... Lieber Grundsinn mitnehmen. So, den Zweitstützpunkt haben wir auf jeden Fall dann zerstört. Ich höre und gehäuze. Um Gott, kümmern wir uns dann. Ich möchte jetzt erstmal noch weiter erkunden. Aber in der Zwischenzeit werde ich wenigstens mehr in Ruhe gelassen. Der Angriff kommt jetzt halt sehr, sehr ungelegen. Das dürfte klappen. Und der Kettenblitz tut halt weh. So, Kodo. Ich brauche dich jetzt mal oben. Jetzt mal hoch. Das wird sehr knapp. Alter, Falte. Nein, den verletzen zuerst. Ja, eil dich. Boah, ist echt stark. Aber sehr weich. Na, ich bin immer noch sehr empfindlich auf Angriffe. Machen wir mal weiter. Alles klar. Oh, gleichzeitig ist den Turm. Ein paar mehr Hütten. Boah, du kommst noch raus. Sehr schön. Hört mal, wie wenig ich jetzt noch die Verteidigungszülle bringe. Ich mach mal so ein bisschen was rein. Ja, ist ein großer... Ja, gut. Großer See. Hm. Ist eher so ein Teich. Sturmwürm. Ich glaube, hier können wir mal wieder wirbeln. Das wäre so, wenn da einfach Yashura verschlucken würde. Dann würde ich ziemlich doof aus der Wäsche gucken. Das wäre... Das wäre so ziemlich gemein. Äh, jetzt überlegt euch mal. Eine Mission, wo wir mit Yashura alleine spielen. Also komplett Solo. Und das sind Sturmwürm und der Verschluckten einfach so. Mampf. Ähm. Leute. Game over. Warum? Was? Wir brauchen mehr Bauernhöfe. Arbeiten abgeschlossen. Wundet mal ein bisschen weiter in die Richtung. Irgendwom ist dann hier die Basis. des alten Mannes anfangen. Was sind... Oh, ich wollte gerade sagen, wo sind meine ganzen Rucks? Ihr Goldgeier. Kommt mal her. Oh, 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 oh. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wartet mal auf die... Wartet mal auf die Grund zur Armee. Selbst damit dürfte es nicht so leicht werden. Oh, komm, damit man in unserer May auch mal was zu tun hat. Was ihr wollen. Zeit zu töten. Ja. Heiert macht der Haule. Meister. Wir gehen hinten in den Häupt bringen. Oh, das geht gut. Ich stehe euch zu diensten. So, Yashura. Oh, geht's noch weiter. Jetzt aber. Weiter geht's. Ne, da ist die Basis. Da wollen wir nicht... Ra, 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 ra. In den Sturmbehmach, der Schuhe. Die Basis will ich jetzt noch nicht kaputt machen. Das kommt erst noch. Hier gibt's noch genug zu erkunden. Oh, oh. Oh, oh, wer kommt denn da raus? Da will sich wer mit uns messen. Da grüppeln, bitte. Hier ein bisschen Stun draufschmeißen. Den Schamanen auch wieder Stun. Ja, dank dem Heilschutztauber haben wir gute Chancen hier. So. Mein Schlick zurück. Und hier weiterkämpfen. Und dass die Türme auf uns rollen. So. Gut. Na, dann konntest du mal weiter. Die Armee wartet hier unten. Ja, Herr. So, beahle ich mal ein bisschen. Und noch ein bisschen mehr hier. Mal röchen. Was ist denn eigentlich da hinten? Das möchte ich jetzt mal sehen. Vorzügliche Wahl. Ja, und ein paar Küsten. Was denn meine Klinge? Großer Heiltrank. Hm. Verdammt. Vorzügliche Wahl. Aber gut. Verdammt, aber gut. Ich höre und gehorche. Hol. Wir werden angegriffen. Hm. Heiß. So mega viel kann hier doch gar nicht mehr sein, oder? Wir könnten nochmal den Goblin-Posten verwenden. Ist ja auch nicht so mega teuer. Ja, Herr. Heu. Ich höre und gehorche. Ja, Herr. Kostet meine Klinge. Mana. Das kommt echt wie gerufen. Können wir auch mal einen Klingenstumpel machen? Ich höre und gehorche. Nein, ich falle. Nicht wegwirbeln. Ranwirbeln. Ja, Herr. Vorzügliche Wahl. Heu. Ja, Herr. Na, nicht ganz getroffen. So. Vorzügliche Wahl. So, du lädst dich mal eben voll. In der Zwischenzeit. Ja. Ähm. Hm. Hm. Däumchen drehen. So machen gibt's ja eigentlich nichts mehr. Was ihr wolle. Ich stehe euch zu diensten. Das wäre so übel. Ich höre und gehorche. Heu. Ich höre und gehorche. Hm. Da kommt der passende Angriff. Haltet die Linie. Ähm. Ihr fünf geht mal hinter und macht mal die Habchen weg. Ihr müsst es ja schaffen. Alles klar. Wir halten besser die Linie. Als sie des Weight Watchers treffen. Wunderwärbel. Okay. Ihr kümmert euch mit die Habchen. Und hier werden wir gleich ein bisschen erkunden. Können wir uns auch mit Zeppelin nehmen? Hm. Die halte ich mal im Stun-Dog, so gut es geht. Autsch. Schon einer tot? Hm. Das könnte knapp werden. Obwohl. Ne. Sieht gut aus. Feenfeuer drauf, oder? Ne. So. Ruhe. Ich stehe euch zu Diensten. Na, hier ist bestimmt nichts mehr. Ich hab genug Gold als Reserve. Aber was es hier alles gibt? Die riesige Karte. Hier sind sogar Käfige. Noch eine weitere Goldmine. Hier ist eh nichts mehr. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Klar, Kürzel R, aber ich bewege mich ja gleichzeitig mit den Pfeiltasten. Ich hab gerade keine dritte Hand. Müssen wir ein bisschen so Fukushima-Besuch machen. Vielleicht wird ja was draus. So, jetzt sind wir im Prinzip durch mit Erkunden. Hat jetzt ziemlich was in Gold gekostet, aber mir war es das wert, mal so alles ein bisschen aufgedeckt zu haben. Okay, jetzt bin ich gleich mal klüge. Gucken wir doch, zuerst. Hallöchen. Ich bin euer größter Fan, ich habe euch schon beobachtet. Och, nicht schon wieder eure Blöden. Komm, wisst ihr was, das ist meine Antwort drauf. Irgendwie erwischt sie nicht nebenbei mit dem EMAE. Böse. Kann ich gar nicht aufmachen. Ich höre und gehorche. Na gut, wer soll da großartig gefangen drin sein? Der Mörsen und Brut. Gefangene Teufel zurück. Vielleicht. Warum nicht? Möglich. Ja, Herr. Vorzügliche Wahl. Ja, Herr. Es waren, glaube ich, keine Habchen mehr dabei. Das ist schon fast ein Grund zu feiern. Ich sag's nie wieder. Kommt mal alle mit. Kolo mit auch mit. Ich höre und gehorche. So, mal. Mal Doppelgänge. Alles wird gut. Mal mal den, der hat Reinkarnation. Die machen wir als letztes. So schnell rausfokussen funktioniert dann nämlich nicht so ganz. Die Habchen waren da hinten, glaube ich, irgendwo. Was hast du denn doch gehauen? Ach, was soll's. Wo waren die denn? Die waren da unten, glaube ich. Hütten zerstören. Eine Hütten, Gaudi. Ja, Herr. Heiß. Ja. Leitet mich. Hm. Z. Z, 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 Z. Lass mich mal auf, dass ich schwächst. Ja, ich schwächst jetzt einfach die, einfach die, einfach, äh, eigentlich die Level 1. Einfach, da will ich einfach verbessern, mach einfach draus. Oh Gott, heute ist mein Hirn echt in Aufruhr. So. Was liegt an? Heu. Heu, 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 hier ist auch die Party. Aber nette Blitzeffekte. So, ich glaub, das war's. Ja, gut, wenn ich irgendwas vergessen hab, dann minimal. Und das bringt mir ja nicht mal was. Das ist die letzte Mission, selbst wenn wir ja teure Power-Ups finden. Was bringen sie uns? Nichts. Nichts. Da dürfte das gewesen sein. Da geh ich eben nochmal kurz Mana tanken. Dann fülle kurz nochmal eine Anzahl. Oh, komm, wir brauchen keine Belagungsgeräte. Wozu? Puh. Mal weiter, Kodo. Und noch einen, und noch einen hier, und noch, komm, haben wir noch einen Räuber. Einfach einen Quotenräuber brauchen wir doch. Ich steh euch zu dien. Wenn wir sowieso nicht schon zu viele haben, jetzt. So, Truppen. Das war einfach mal jetzt ein totales Überrennen. Von allen Fronten gleichzeitig. Von unten greife ich an, von da oben greife ich an. Alles vorbereiten für den Angriff. Am besten, wir machen tatsächlich so eine Blockade. Warte, hier kommen... Das sind drei Richtungen. Gut, dann kommt Joshua von da. Joshua kommt einzeln, und die Truppen greifen von oben und unten an. Das ist doch toll. Hallöchen. Ich wollte gerade schon fragen, wo der rauskommt. Jetzt kommt er. Jetzt müssen wir jetzt nochmal abwehren. Geht kein Weg dran vorbei. Zurück kam sie jetzt, und nicht erst so 30 Sekunden später, wenn ich die Truppen runtergezogen hab. Betäubt immer ein bisschen. Der Blitz ist schon übel. Das sind meine Orks, alle verletzt. Ach, was soll's. Das, was wir haben, muss reichen. Punkt. Jetzt ist ja sowieso die Angriffsarmee von dem Weg und der Held ist tot. Das heißt, Ongriff... Wir werden angegriffen. Was liegt an? Ich höre und gehorche. Allen Fronten. Macht sie nieder. Hier haben wir zwar nur Fernkämpfe, aber wird schon gehen. Wird schon klappen. Keine Sorge, ich bin Arzt. Jetzt gehen die Kosten, wenn ihr zurückkommt und ihr einfach... Kampfrausch, alle Mann rein. Egal, von wo ihr reinkommt. Hauptsache, Unterstützung. Wie ich mich hier an dem Wolfsrader wieder hochheile. Das ist... Goal. Wird nicht nachgedacht. Jetzt wird gestürmt. Hier oben hat der Angriff schon nachgelassen, jetzt. Ja gut, wir haben nur Fernkämpfer gehabt. Das war so das Problem. War nicht für den Basisangriff gedacht, sondern hauptsächlich wegen den Harpien. Verstärkung ist doch der Weg. Ich bin schon ein bisschen angeschlagen, aber es wird reichen. Da wird Gore wieder belebt. Ich glaube, das sollten wir mal verhindern, bevor er uns wieder nervt mit seinen tollen Blitzen. Oh, da sind noch Leute drin. Das ist bei den Orks oftmals so twiggy. Ich glaube, man konnte es sehen, wo welche drin sind. Ich glaube, es war eine Fahne oder so. Irgendwie achte ich da nie drauf. Wo sind welche drin, wo nicht in welchen Rostraum. Bauen. Bauten. Ork-Bauer. Das ist mit Jack-Bauer-Verband. Ich stehe euch zu diensten. So, nein, nein, nein. Erstmal, ich möchte alles hier schön blankgeleckt haben, bevor wir das letzte Gebäude machen. Jetzt verlieren wir die Bäude. Jetzt haben wir keine Gold... Wir kapitulieren, wir haben keine Goldmedien mehr. Zum Glück sind die Ochs nicht so irgendwie französische Abstammung oder so. Das ist das Risiko. Bestände. Bestände. Das würde ich... Bestände. Oh Gott, ich und meine Worte heute. Im Blutrausch abgeschlossen. Ähm, ja, das... Warten wir auf, wir haben noch eine weitere Quest. Okay. Aber, ja, das haben wir ja schon gelesen, oder? Ja. Exempel und so. Wo seid ihr, Scharfseher? Kommt heraus und kämpft! Ihr bleibt, wo ihr seid. Der alte Narr wird durch meine Klinge sterben. Das hätte ich schon viel eher machen sollen. Ihn zu seinem geliebten Geistern zu schicken. Hm. Der alte führt doch aus dem Schilde. Grimmwolf, alter Feigling, stellt euch mir zum Kampf. Was zum... Nein! Eine Falle! Das hätte ich mir erdenken können. Feige und hinterhältig, wie alte Weiber. Eure mickrige Magie wird euch nicht retten, Schamane. Wo habt ihr meine Leute hingebracht? Sie sind bei den Ahnengeistern und legen Rechenschaft für ihre Verfehlung ab. Genau wie ihr, Yoshura. Wollt ihr mich auf eine Probe stellen? Vielleicht. Ich werde gegen euch kämpfen. Folgt mir. Was soll das? Ich kann mich nicht bewegen. Vielleicht hilft das gegen eure Verderbtheit, Yoshura. Dieser Zauber wird euch die dämonische Energie entziehen. Das ist lächerlich. Es braucht schon mehr als einen Runenkreis, um meiner Macht zu trotzen. Passt gut auf. Das werdet ihr noch bitter bereuen, Schafseher. Nicht einmal die alte Magie der Ahnengeister konnte gegen den brennenden Schatten bestehen, der von ihm Besitz ergriffen hat. Er ist verloren. Die Loa schreien vor Entsetzen. Shaka fühlt, dass nur noch das Böse seine Schritte lenkt. Ja. Yoshura wurde zwar etwas geschwächt, aber er wird bald zurückkehren. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Ach du Scheiße. Oh fuck. Jetzt geht das Ganze. Yoshura ist völlig außer Kontrolle. Er hat von dem brennenden Blut der Dämonen getrunken und kennt nur noch die Extreme. Jetzt, da klar ist, dass er ein abtrünniger Blackwalk-Org ist, mit dem Auftrag freizutöten, gilt es nur noch ihn aufzuhalten. Mit allen erdenklichen Mitteln. Ja, kacke. Boah. Und ich dachte, wir sind durch. Ach du lieber Gott, ach du lieber Gott, ach du lieber Gott. Boah, das wird wieder eine ewig lange Aufnahme. Jetzt heißt es, zurückzuschlagen. Yay. Aber ist ein Mittel woanders her? Ist das noch die gleiche Karte? Irgendwie. Meine Augen sind drauf. Aber gut. Führt meine Klinge. Ja, die Killerschredder. Wir sind verloren. Wir sind verloren. Ich habe Angst. Yoshura? Nein. Nein, Yoshura. Aus. Das ist doch seine ehemalige Basis hier von Chaka, oder? Chaka, 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 Laka. Es ist sicher. Boah, Chika, wah, wah. Die ganzen Sachen hier habe ich ja schon alle ausgelöscht, oder? Bereit zur Arbeit. Es ist sicher. Verstehe. Ja, hier ist nichts mehr. Ich habe das ja alles schon geräumt. Es ist sicher. Das heißt, wir haben jetzt nichts mehr zu tun, außer seine Basis zu räumen. Berserker-Graf. Wollen wir das nochmal? Meine stehe hier auch dabei. 103 Punkte angeschraubt, um drei. Damit können wir auch ein bisschen aufnehmen. Und wir haben natürlich mehr Upgrades. Auf irgendeine Weise müssen wir ja gegendrücken können. Ja, aber es wird trotzdem lustig. Ich sehe schon, komm, die Brändelegion wird jetzt bestimmt auch wieder ein Wirtchen mitreden.